Du liebst es, den ganzen Tag so zu tun, als würdest du arbeiten? Du liebst die Einsamkeit im Homeoffice? Du liebst es, auf Feierabend zu warten? Dann bist du bei uns falsch. Denn bei Hermes Reinigungssysteme im südlichen Sauerland ist montags bis freitags eine einzige Party. Also die sollen schon zum Arbeiten hierher kommen. Okay, nochmal. Denn bei Hermes Reinigungssysteme gibt es den perfekten Job für dich. Und donnerstags Fleischwurstfrühstück. Das ist für mich und für alle eigentlich eine herrliche Sache. Jeder kriegt irgendwie mit, wenn der Metzger kommt und das Fleisch und die Brötchen bringt. Dann kommen die Leute aus allen Löchern. Man hört das immer, dann ist schon immer ein bisschen Palaver. Da sitzen alle zusammen vom Chef bis zum Praktikanten. Und da wird gefrühstückt, eine Menge Blödsinn erzählt. Und das ist immer eine hervorragende und lustige Sache. Also wenn ich morgens hier hinkomme, habe ich eigentlich schon gute Laune. Ich freue mich, meine Kollegen zu treffen. Es ist eine völlig entspannte Atmosphäre hier. Die Chefs sind total auf Augenhöhe mit uns. Wir können jederzeit zu denen gehen und unsere Fragen stellen. Die helfen uns immer weiter. Ich komme jetzt schon fast acht Jahre hier hin und kann mir nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich bis zur Rente hinkommen kann. Na, wenn man hier nicht arbeiten will. Noch ein paar Goodies? Fitnessprogramme, Jobbike, Work-Life-Balance. Work-Life feiert auch Lars. Er verbringt jede freie Minute mit seiner Familie im Camper. Was ich richtig cool finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben. Ich mache hier und da mal eine Überstunde. Kommt vielleicht auch mal ein Samstag oder so. Und kann dafür halt auch mal einen halben Tag frei machen. Hatten wir überhaupt schon erwähnt, was Hermes Reinigungssysteme macht? Dranbleiben kommt noch. Es gibt Wichtigeres. Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen. An dieser Stelle würden jetzt viele sagen, dass sie ein hochmodernes, innovatives, stark wachsendes Unternehmen sind. Sebastian sagt das so. Soll ich jetzt sagen, was für ein cooler Laden wir sind? Nee, kommt mal mit. Man muss sich das mal vorstellen. Vor zehn Jahren gab es das Thema Fassadenreinigung noch überhaupt nicht. Wir haben als erstes Unternehmen das Problem erkannt und daraus eine Systemlösung entwickelt. Und wenn man sich das heute auf Google mal anschaut, wie viele Suchanfragen wir heutzutage haben, die Kunden rennen uns förmlich die Bude ein. Und deshalb brauchen wir Verstärkung in unserem Team. Falls du es noch nicht gemerkt hast, Sebastian ist hier der Chef. Und David. Wir sind hier in der Hermes Erlebniswelt. Das ist der Raum, wo wir jeden Tag mittlerweile Kunden empfangen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Das Besondere an unserem Geschäft ist, dass wir einen nachwachsenden Markt haben. Das heißt, die Fassaden werden immer mehr gedämmt. Und mit der Dämmung kommen halt die Algen, die Pilze, die allgemeinen Verschmutzung. Das heißt, die Nachfrage wird immer weiter wachsen. Und wir haben einfach das perfekte System dafür. David will damit sagen, dein Arbeitsplatz ist verdammt sicher. Um es nochmal klar zu sagen. Hermes Reinigungssysteme sorgt dafür, dass solche Fassaden wieder so aussehen. Also das Coole bei uns im Marketing ist, wir haben Produkte, die ein echtes Problem lösen. Und das für eine ganze Branche. Und das zu vermarkten ist wie ein Sechser im Lotto. Wir stellen die innovativsten Lösungen für die Fassadenreinigung her. Geräte, Ausstattung, Reinigungsmittel. Alles vom Allerfeinsten. Haben wir noch was vergessen? Keine Schichtarbeit, Mitarbeiterparkplätze und eine Getränkeflat. Uns ist wichtig, dass wir hier echte Menschen haben. Ärmel hochkrempeln, anpacken, dass die Einstellung stimmt. Wir setzen uns hier zusammen, unterhalten uns, schauen, ob das passt und ob das für weite Seiten ein Gewinn ist. Ich war schon 57 und dann bin ich dann zum Vorstellungsgespräch hier hochgekommen. Und dann hat es sofort gepasst. Und dann habe ich am nächsten Morgen auf der anderen Firma gekündigt. Und zwei Wochen später war ich hier. Es ist einfach toll hier zu arbeiten. Ich bin froh, dass ich auf meine letzten Jahre nochmal so einen Job gekriegt habe. Wenn man Karriere machen möchte, ist das hier auf jeden Fall möglich. Ich habe 2019 hier bei Hermes angefangen, in der Werkstatt zu arbeiten. Habe ganz normal Reparaturen, Wartungen und so weiter durchgeführt. Habe dann die Chance bekommen, als Werkstattleiter mich weiterzubilden. Die Chance habe ich auch wahrgenommen. Kann ich auch jedem weiterempfehlen. Ich habe ja einen längeren Anreiseweg. Das ist hier zum Glück kein Problem. Ich habe einen Firmenwagen bekommen. Zudem mache ich auch noch einen Techniker an der Abendschule. Und da ist das mit dem Lernen etwas problematisch, weil man auch viel Zeit dafür braucht. Aber hier bei Hermes ist überhaupt kein Problem. Die Wege sind kurz zum Chef, das abzusprechen. Nur donnerstags darf auch Nico nicht fehlen. Beim Fleischwurstfrühstück. Wir suchen keine perfekten Lebensläufe. Wir brauchen auch keine Robotertypen. Was wir haben möchten, sind Menschen, die Bock haben, mit uns und unserem Team hier was zu erreichen. Und wenn das was für dich ist, dann klick dich kurz durch. Lass uns einen Termin vereinbaren. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen.